Moin, bei uns ist dieses Wochenende das Fohlen-Championat. Und ja, wir werden da jetzt hinfahren. Oder wir sind ja gerade auf dem Weg dahin. Und da ist jemand sehr bekanntes, den ihr sehr wahrscheinlich auch alle kennt. Und sie werden wir jetzt gleich mal besuchen. Jedes Jahr findet bei uns das Finale des Deutschen Fohlen-Championats statt. Und zwar kommen da die besten Fohlen aus ganz Deutschland hin. Und zwar müssen sie sich dafür vorher aber noch auf einem anderen Turnier qualifizieren. Und ja, dafür hat sich auch das Fohlen von Anja Stute Beauty qualifiziert. Und zwar ist der Flip ganz heiß der Constars Goldfever. Und ja, der hat sich halt auch dafür qualifiziert. Und war sogar fast unter den besten 10. Und ja, die Richter bewerten da den Typ, die Grundgangart. Und das Gebäude. Und danach her zählt natürlich der Gesamteindruck. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, Kettenkraulen. Muss die Mama noch die Anja kraulen? Na ja, nett. Awww, süß. Komm, Pippi. Super. Komm, hier an die Seite. Komm, Pippi. Komm, Pippi. Komm, Pippi. Kann ich auch rein? Ihr seid so süß Juni, guck mal, guck mal, guck mal, weißt du? Was? Kannst du auch, wenn du deinen Ernst kannst, auch ein bisschen tragen? Kannst du dich machen? Ja. Guck mal, die sind hier. Super! Du hast mir den mal vorstellt. Ja! Boah, ihr seht voll gut aus. Der golden ist weit weg. Weizen ab. Du bist bei mir? Ja genau. Sogar beanders. Dann weh dich nicht. Ja, das ist schon super. Oh, der kommt jetzt super. oh jo kleine wilde Maus kommen wir eigentlich hinterher so schnell jetzt wirds aber übermütig hier Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.